Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebender. Ja, und ich spiele auf Zuschauerwunsch mit den Perks Verwandt, Einfühlungsvermögen, kalter Rückenschauer und dunkle Wahrnehmung, war es nicht Hingabe, sondern dunkle Wahrnehmung. Fang hat hier schön, ähm, Beweise nicht am Start, den Generator ziehen wir direkt durch. Ähm, der Perkbit ist eher so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Clodet-Anfänger-Perkbit, könnte man schon fast sagen. Also eigentlich nur ein leerbarer Perk von Clodet und ansonsten drei freilehrbare Perks. Kann man also spielen, an sich, also, kann man also spielen, wenn man gerade Clodet levelt, das wollte ich sagen. An sich ganz solide Perks, ähm, mit kalter Rückenschauer habe ich ein Konto gegen Stealthkiller und außerdem einen kleinen Bonus, wenn der Killer mich anschaut und ich gerade über irgendein Fenster oder eine Palette springe, dass man da nicht, sich nicht ärgert und dann plötzlich Mist, äh, sich ärgert, dass der Killer einen doch noch durchschlägt. Da kommt man dann vielleicht nochmal einen Zacken schneller drüber. Ansonsten, ähm, Einflussvermögen. Ich muss eigentlich Schutztreffer machen, ne? Ich habe eine Archiv-Quest, ich muss zehn Schutztreffer hinbekommen. Aber, ich höre keinen Herzschlag. Jetzt höre ich Herzschlag. Oh, mein lieber Scholli. Trite, lauf, 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 Trite, lauf. Lauf. Oh. Ne, 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 ne. Das war ein Schutztreffer, möchte ich doch mal meinen, oder? Ich bin in die Kette gelaufen, um die Kette zum Brechen zu bekommen, sodass er mich schlägt und nicht den Trite. Dadurch hat der Trite nochmal ein bisschen länger zu leben und, ja, ich habe einen von zehn Schutztreffern geschafft. Jetzt hat er den Trite erwischt und so wie es aussieht, kam er aber nicht ran. Super. Der Trite hält ihn gut hin. Wir haben jetzt schon zwei Generatoren gemacht. So, insoweit geht er pöpelt auf, dass ich mit Einflugungsvermögen auch super Informationen bekomme. Zu allen Sachen. Oh. Boah, ich wollte gerade sagen, verdammt, der guckt mich ja an. Mit, oh, Telefon. Wartet. Das ist gerade ungünstig. So. Okay. Ich hau hier ab. So, ich geh mal nach dort hinten. Ähm. Dort hinten war der Dwight, der kann mich ja hochheilen. Hallo Dwight. So, und dort hinten wurde der nächste verletzt. Und die kommt angelaufen. Also, wo war ich? Einflugungsvermögen. Wenn ich zu Telefon, kann man viel durcheinander bringen. Einflugungsvermögen gibt mir sehr viele Informationen, wo der Killer gerade ist zum Teil. Wenn er nämlich jemanden Verletzten jagt, weiß man das ganz gut. Ansonsten kann man auch Leute gut finden, die man heilen kann. Ähm. Dunkle Wahrnehmung ist gut, um den Killer nochmal zu finden, wenn man gerade einen Generator gemacht hat. Also zwei Informationsperks, die nicht schlecht sind. Und, upsie, Verwandt ist auch recht gut. Weil Verwandt ja auch nicht nur wirkt, dass die alle... Verwandt wirkt ja auch so, wenn jemand anders hängt. Sehe ich die Auchen von allen anderen. Und die Killer-Aura im Umkreis vom Haken. Jetzt kommt der Herr. Und, ja. Gut, da glaube ich, das war... Ah ja, stimmt. Und zur Katte Rückenschau habe ich schon was gesagt. So, mein Lieber. Kriege ich jetzt... Ne, das war zu weit weg. Ansonsten hättest du mich wahrscheinlich geschnappt. So, ich hau hier ab. Dort hinten geht jemand retten. So, ich hau hier lang ab. David. So, du haust ab. Und ich... Ne, 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 ne. So was machen wir nicht. So was machen wir nicht hier. Ich breche die Kette. Ich meine, aus Killersicht ist das natürlich fies. Weil er jetzt nicht den Kill bekommt, den er eigentlich haben wollen würde. Aber andererseits hat er jetzt mich verletzt. Und ich kann jetzt nicht direkt an Generatoren direkt arbeiten. Und was weiß ich. Außerdem habe ich meinen David gerettet. So, geheilt. Ja, wohin zeigst du? Soll ich nochmal einen Schlag für den David tanken, oder wie? Oh, David. Vorsichtig. Ja, ich dachte mir, dass der... Schuss drauf geht. Ist hier unten der Keller? Ja, okay. Brauche ich gar nicht an der Palette warten. Ich bin gerade flüssiger als Wasser. Nämlich überflüssig, weil ich nicht an Generatoren arbeite und nur rumrenne. Aber ich sorge wenigstens dafür, dass der Killer mal kurz abgelenkt ist. Aber das bringt halt auch nicht viel, weil da niemand ist, der rettet. So. Wir machen hier den Generator zusammen. Zack. Die Katze hat geklingelt. Sie klingelt wieder. Okay. Er ist also runter in den Keller gegangen, hat dabei irgendwie einen Bogen gemacht, uns angeschaut und ihn aufgehangen und danach nochmal in unsere Richtung geschaut. So, ich habe ein relativ helles Outfit. Entsprechend mit viel Fantasie sehe ich aus wie einen Generator. Und er guckt nicht mal. Aber gut, wenn du halt als Killer zehn andere Rennspuren siehst und zehn andere Überlebende, dann rechnest du nicht damit, dass sich jemand direkt neben den Generator setzt. So, die gehen runter, um zu retten. Haben wir hier oben. Wir haben hier in der Nähe einen Generator. So. Zack. Was machen die? David kommt direkt hochgelaufen, aber Fang kommt auch Richtung Schrottlaube. Die Katze klingelt und sorgt dafür, dass ich einen Zacken schneller arbeite. Oh, die hat er erwischt. So, jetzt hat er direkt zwei Leute down. Der schaut jetzt natürlich sich zehnmal um. Weil er nicht möchte, dass er die Palette auf die Nase bekommt. Au. Jetzt hat er mich gepikst. Jetzt sind wir natürlich... Und den Schwalz hat er auch nochmal gepikst. Boah, Leute. Jetzt könnte man es verkacken. Wenn er den jetzt erwischt und dann im richtigen Moment sich umdreht. Los, Fang! Hör auf zu kriechen! Weißt du, die drückt Schiff. Boah, David. Hättest du dich nicht mal... ...recovern können? Du lagst... Ne, lagst du länger? Ich weiß es nicht. Leicht lag der David nicht mal länger. Okay, er hat die Fang. Drei Leute... Oh, Leute, nein. Los, Tor... Ne, das schaffe ich nicht. Ich bin tot. An der Stelle haben wir wahrscheinlich schon verhauen. Ja. Los, spring! Nein! Verdammt, ich bin tot. Ah, ich habe ihn halt nicht gesehen. Und dann kam er von der Seite, von der ich nicht gerechnet hatte. Gut gemacht, Keller. Also, das Problem ist, die anderen liegen halt alle so lange schon, dass niemand mehr Entscheidungsschlag hat. Also ist die Hoffnung weg. Und so wie es aussieht, hat auch keiner unbeugsam. Das heißt... Das heißt... 4%. Ich warte noch kurz, bis er ein Stückchen weg ist. Er hebt niemanden auf, ne? So. Ich hätte warten sollen. Aber wer rechnet denn damit? Ich nicht. Na toll, wisst du was? Er kriegt mich... Er hat die Palette zerstört. Ich hätte länger warten sollen, aber... Weißt du, ansonsten hätte der vielleicht 10 Minuten noch über dem Überleben dort gekiecht gewartet. Und es hätte mir auch nichts gebracht. Also von daher, dass wir dem vom Haken springen... Klar, warte am besten, bis der Killer jemanden an und auf der Schulter hat, aber... Naja. Geduld ist halt nicht immer meine Stärke. So. Er rennt weiter. Hebt dort jemanden auf. Ich recover trotzdem mal. Ich weiß, es bringt gerade nichts zu recoveren, aber... Vielleicht passiert ja ein Wunder. Vielleicht hat jemand Flipflop. Wobei, wer spielt eigentlich noch mit Flipflop, ne? Irgendwie alle Ash-Perks sind alle solche Nischen-Perks. Dass man die kaum sieht. Dass niemand hier irgendwie mitnimmt. So irgendjemand... Die sind alle in irgendwelche Ecken gekrochen. Damit der Killer sie ja nicht aufheben kann. Hast du mich gesehen oder nicht? Wieso werde ich jetzt liegen gelassen? Schön wäre es, hätte ich jetzt wirklich... Aber gut, ne? Hätte herte Fahrradkette. Unwürgsam wäre natürlich in so einer Situation klasse. Ich habe auch keine Ahnung, wo die Falltür ist. Aber die Falltür ist ja noch nicht gespawnt. Ist sie schon gespawnt? Jetzt müsste sie... Ne. Oder ist sie schon... Jetzt bin ich mir gerade selbst unsicher. Warte mal. Drei Überlebende leben noch. Und es wurden auch erst drei Generaturen gemacht. Es müssen immer Anzeilen Überlebenden plus eins an Generaturen gemacht werden. Das heißt, Falltür ist noch nicht da. Wenn der sich jetzt sterben lässt, dann müsste sie spawnen. Vielleicht habe ich ja Glück. Wäre cool, könnte man irgendwie so nach oben lunzen. Vielleicht... Keine Ahnung. Der ist ausgebluten. So, und ich krieche weiter einsam durch die Gegend. Mal lauschen. Klingt nicht so, als wäre sie auf dem Berg. Aber sieht schon eher so aus. Die Katze vom Killer klingelt. Okay, schade. Na gut, dann holen wir uns noch mal ein paar Wickelpunkte. Mehr können wir nicht machen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, oh, der böse Killer hat gesluckt. Aber andererseits, wenn wir es zulassen, uns so wegzuslacken, dann sind wir halt ganz ehrlich selber dran schuld. Also in dem Fall haben wir halt verhauen. Der Killer hat das halt gut verwandelt. War dann halt natürlich blöd, wenn du der letzte Überlebende bist. Irgendwie noch rumrennst und dann plötzlich das ganze Team liegt und du gerade rumgerannt bist, ne? Naja. Gut, aber mal verliert man, mal gewinnt man. So ist das Spiel. Ich bin mal gespannt, was er für Perks mit hatte. So, geopfert. Ich geselle mich zu allen anderen mit hinzu. Wir haben einen Schutztreffer oder haben wir zwei? Ich weiß gerade gar nicht. Wir haben Pip verloren, aber überall Silber. Wir haben eigentlich alles mit dem Mäßig aufgemacht, ne? Knapp. Ah, okay, nicht knapp. 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 Boah, Mühe. Mühe, ne? Zwei Sekunden länger in der Jagdüberleben gefühlt. Okay, know it. Barbecue. Gut, mit Barbecue hat er uns dann am Ende alle gefunden. Deshalb war wegkriechen nie so eine Option. Hu war eine Krankenschwester. Da wusste er Bescheid. Deshalb ging das mit dem Sluggen für ihn überhaupt erst so gut auf, weil, ja, keine Ahnung. Vielleicht haben wir ihn nicht zu ernst genommen. Und stimmt, Ruin hatte er noch mit dabei. Ja, na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Was hat er für Erdons? Abklingzeit Harpune und Rückziehgeschwindigkeit der Harpune. Okay. Na gut, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.